Musik Hallo, sprich mit uns Ich glaube, der hat Angst Der hat keine Angst Ähm, wie kann ich Wie kann ich hier jemand Warte mal, hier, Rubuja Mute, wenn muss ich noch Doktor Matt Bonsai Warte mal, Doktor Wo ist denn hier, Doktor Matt Warum finde ich denn nicht Warum finde ich Östin nicht Ich bin der vierte von unten Vierte von unten, na, perfekt, danke So, mein Freund, wie geht's weiter? Du möchtest unbedingt nach Elektro, ja Elektro ist in dieser Richtung Moment Ach nee, das war's Applaus, warte In dieser Richtung ist Elektro Immer den, immer den Schiene lang folgen und irgendwann hörst du's dann schießen Dann weißt du, du bist schon sehr nah an Elektro dran Und wenn dann steht, du bist an Kansches, dann hast du's gefunden Perfektos, danke schön Ja, du willst ja nicht wirklich hin, das ist gefährlich Junge, nein, mach das nicht Lauf lieber in die andere Richtung, in diese Richtung Da sind, das ist schön, guck da an Ja, ich treffe ihn ja gleich auch Da könnte ich ihn erschießen, da weißt du Ja, dann viel Spaß noch, ne Ja, wir wollen auch in die Richtung, warte, wir laufen mit dir zusammen, wir wollen jemanden abholen Wir wollen auch in die Richtung Ja, begleitet den doch mal, genau Es regnet, es regnet Razer, wechsel doch kurz den Server Aber in Elektro müssen wir dich leider alleine lassen, weil Elektro ist nicht Wie gesagt, Putin und so Oder bist du Russe? Jetzt mal im Ernst, bist du für oder gegen Putin? Verastroika Hast du's gerade in-game gesagt? Nein, nein Mein Name ist Andreas Serviert, Andreas Kack-Tibern, äh, Kack-Tjela Ha-ha-schau Ha-ha-schau Habt ihr ja ein bisschen Schotterricht gehabt, ja Ja, ein bisschen, aber ich hab alles vergessen, Gott sei Dank Die Waldorf-Schule Ja, erzähl uns deine Geschichte, menschenroten T-Shirts, dessen Namen ich vergessen habe Hallo? Sprich mit uns, du kannst während des Laufens Du kannst einfach während des Laufens einfach mal diese Taste betätigen und dann kannst du sprechen während des Laufens Er kann auch doppelklicken, dann kann er Du kannst auch doppelklicken auf die Cap-Off-Taste, dann kannst du für immer mit uns sprechen Selbst wenn wir nicht mehr da sind Du wirst immer mit uns reden können Red mit mir Bitte, bitte red mit mir Red mit mir Hallo, ist der Korb? Du musst es schon hier geben, auch machen, ne? Oh shit, oh shit, oh shit, ich hab Spieler, ich hab Spieler, ich hab Spieler Und der duckt und er zieht auf mich Wo? Nein, nicht, ich bin an Elektro, Jungs Ja, du bist in Elektro Ja, ja Unser Freund ist gerade in Elektro und da geht's schon wieder ab, Alter, da zieht schon wieder irgendjemand auf irgendjemand Freund im T-Shirt, rede doch mit mir Ich hab ein leichtes Kugel-Tourette für Leute, die nicht mit mir reden Ja, wir können hier noch einfach einen Kantschuss boxen und dann weglaufen Ich finde, das stinkt Der führt die bestimmt, der sagt bestimmt seinen Freunden Ey, der will nach Elektro, Moment mal, das ist Unglück, was wir machen Okay, geil, halt mal an Warte, Michael, halt mal an Wir müssen alle anhalten Halt mal an Okay, wir haben uns anders entschieden Wir laufen wieder zurück in die Richtung, wo es schön ist, nämlich da lang Da lang, da ist, äh, Ferencino, da ist schön Da wollen wir hinten, wir möchten nicht, äh, wir möchten nicht nach Elektro Elektro ist die Stadt des Grauens Ähm, ja, wir wünschen dir ein schönes, gutes Leben in Elektro Mach's gut Ihr kommt dir jetzt wohl doch nicht entgegen, oder was? Natürlich finde ich den entgegen, aber ich möchte nicht, dass er weiß, dass wir auch nach Elektro laufen, weil ich möchte nicht, dass er... Warte, wir laufen mal hier so irgendwie lang und dann lass uns ihn beobachten, da hat er Gott sei Dank ein sehr unabhängiges T-Shirt an Genau Komm, wir laufen jetzt ins Landesinnere und beobachten ihn dann von weiter Ferne Also ich bin schon im Wald, äh, im Landesinnere Alter, warte mal! Im Wald Was denn? Da ist ne, da ist ne Zombie an den Busch dort gerannt Ja, der, der Özti ist da oben Achso, okay Achso, okay Achso, okay, ach Gott Ich dachte grad, okay Siehst du ihn noch, den roten T-Shirt, Mann? Ich seh ihn noch, ja, er rennt bei den Schienen lang Gut, dann lass uns da mal, okay, oben lang laufen Hört sich, war der da? Zwischen den Zombies Da kam ne Gruppe Zombies an Gerant und er Aber er war nicht im Gespräch, ich hab eigentlich immer Angst vor solchen Typen, weil... Die führen uns dann zu ihrem... Ja, der Zombie haut vor dir ab, Alter! Ja, der Zombie hat auch ein Thema voll weit weg Agro... Ja, der läuft genau auf mich zu Ja, der läuft schon sehr lang auf sich Ich hab gerade zwei Mann, die versuchen mich zu flankieren Ich muss mal... Könnt ihr bitte kurz mal... Oder... Kann einer mich mal vielleicht wegschieben aus dem T-Shirt? Nee, 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 der ist einfach ruhig Da liegen zwei Mann und die wollen mich... Die wollen mich flankieren Okay Und ich muss jetzt gucken, wie ich das löse Schieß sie weg, oder hast du nichts geschießen? Ja, doch, natürlich hab ich was zu schießen, aber... Die sehen aus, als ob die ne Mosin haben und ich hab ne M4 Ich glaub, aus der Entfernung... darf ich es nicht Da hinten ist Schienen, ne? Ich guck mal, was die grad macht... Einer ist jetzt aufgestanden... Einer... Okay... Das ist so ein paar Kunden, echt... Leute, seht ihr mich noch? Ich lauf jetzt stur nach Elektro, vielleicht können wir ihm helfen, gleich... Wo sind denn alle? Hinter mir ist einer... Ne, ich bin, ich bin im Offenfeld... Zwischen Wald und Ding, äh... zwischen Wald und Schienen und wollte eigentlich den Typen im Auge behalten, aber hab ihn verloren Seht ihr noch? Ne, ne, der ist schon weiter gelaufen Lasst doch mal hier Raider sich konzentrieren Ja, ich würd gern wissen, wo ihr seid, ne? Ich lauf immer weiter, ich bin das die ganze Zeit... Bist du schon in der Stadt? Ich bin schon an diesem Dörfchen vorbei, ja... Okay... Ja, dann sehe ich zu, dass ich auch... Boden gewinne... Einen hab ich? Ja, sehr gut... Hey guy, I killed your friend, come on... Come on, put your weapon down, come on... Wir müssen mal wieder finden hier irgendwie... Ich bin an dieser... ich bin jetzt Höhe der Stadt... Hier, wo bist du denn? Ich bin Höhe der Stadt... Und... Welche Stadt? Ich weiß nicht... Ich glaub jetzt... Wieder landend... Äh... Also... Lass mich mal kurz mit ihm versuchen zu sprechen... Ja... Okay... Hey guy, I killed your friend, hold on... Ich bin jetzt am Umspannwerk... Okay, I could kill you or I can give you an morphine... Do you need... Do you need some medicine? Or... Or should I kill you? But you have to promise me that you don't shoot me... Ich bin am Steinbruch... Du gibst ihm das Morphine aber nicht selbst, du legst es ihm hin, damit er sich selbst geben kann, ne? Okay, guy, I will put some Morphine down here and then you can give it to yourself, okay? Okay, okay, say okay, come on. Okay, hold on. Now don't move, don't move, don't move. Okay, if you come here, if you come here, here is Morphine, here is Morphine, you have to auto-inject it yourself, okay? Okay? You know where you found me, Solnichi, where you found me, there is the bridge... Yeah, yeah, go, go, go. Yeah, yeah, then I'm gone for long. Okay. Okay? Okay guys, sorry that I killed your friend, okay? But he wanted to shot me. Okay, bye bye. Okay. Oh, no problem. Bye. Ich sehe einen roten Rucksack-Typen wieder in der Rucksack-Typen. Was sagst du noch? Ich sag nur, das ist das beste Spiel auf der ganzen Welt. War es gerade Adrenalin, ja? Alter, ich habe seinen Kumpel umgelegt und der andere, der hatte seine Beine gebrochen. Er kommt zu mir, bitte töte mich. Ist so, Alter, ich kann dir auch mobilen gehen. Ja, das wäre super. Ich sehe einen von euch anlaufen. Ja. Bin ich das? Ich stehe hier. Ja, ich bin das. Okay. Ich sehe einen roten Rucksack-Typen links neben mir. Seht ihr den auch noch, oder? Ja. Nee, wir sind jetzt nach dem Dörfchen, wo wir Dr. Matt Burnsey getroffen haben, kommen noch so ein paar Häuschen. Und da sind wir jetzt. Ich glaube, ich bin viel weiter als ihr. Nee, glaube ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich sehe dort hinten ein Straßenschild. Ja. Ich sehe den Typen immer noch, den roten T-Shirt. Wenn ihr den nicht seht, dann bin ich weiter als ihr. Wahrscheinlich bist du weiter. Also, ich sehe ihn auf der Straße. Ich komme jetzt mal zu dir gelaufen, da. Also, einer steht ja von euch auf der Straße, oder? Nein. Wir stehen zu zweit auf der Straße im Moment. Ah, ja. Ihr seid zu zweit. Ich komme mal zu euch. Könnt ihr mir kurz sagen, wo ihr seid, Jungs? Ich bin ich. Hier bin ich. Ja, ja. Ich habe dich gesehen. Vor Elektro, oder was? Drei Kilometer vor Kampi Schowo. Kampi Schowo, das ist ja... Okay, jetzt gehe ich auf euren Server, da können wir uns direkt. Alter. Ich bin jetzt Elektro raus. Hä? Wo seid ihr? Ich sehe diesen Typen im roten T-Shirt, ey. Ähm, hast du denn das letzte Mal am Dörfchen passiert? Ja, aber das ist schon ewig wieder. Oh, warum liegen hier so viele Loop-Klamotten? Alter. Hier waren Bambi-Killer unterwegs, oder so. Oh, ich würde mich gern treffen mit euch, Jungs. Soll ich hier zurückkommen, oder was? Ich weiß ja nicht, du musst mir und sagen, wo du bist. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Ich bin halt strikt weitergelaufen. Die ganze Zeit, wenn du auch die ganze Zeit weitergelaufen bist, dann... Okay, Zombie kommt. Ähm... Hier, wir sind eigentlich auch konstant weitergelaufen. Ich weiß nicht, wo wir uns losgelaufen sind. Ich weiß nicht, wo wir uns losgelaufen sind. Was ich meine? Ich bin bei dieser Landsungel, vor Elektro, wo... Ich glaube auch, dass da irgendwo der Leuchtturm ist. Hier, dann laufen wir weiter. Okay, dann lassen wir weiter laufen. Dann können wir uns erst mal treffen und dann gehen wir zusammen zu den Jungs. Weil ich bin jetzt auch Ausgangs... Äh... Die... Weißt du, weißt du, was ich meine? Dazwischen... Es kommt doch vor Elektro noch mal so eine Insel links. Und da bin ich jetzt gleich. Ja, ja. Da kommen mehrere kleine Insel danach, ne? Weiß ich gerade nicht. Aber hier ist auf jeden Fall links so zwei kleine Häuser. Ja, ich glaube, ich werde... Ja, ich weiß, was du meinst. Pass auf, dann lass uns dort bei diesen Häusern treffen. Ich bin gleich dort. Bist du auf unserem Server? Ja, ne, noch nicht. Ich wechsle jetzt aber den Server. Aber ich würde gerne den Typen verfolgen. Na gut, dann halte ich jetzt an. Ja, dann... Der Typ läuft in Richtung Elektro? Ja. Dann sehe ich ihn ja gleich. Ich bin der Ausgang Elektro. Ja, aber wenn du überhaupt... Bist du auch noch nicht auf unserem Server? Jetzt aber gleich. Dauert zehn Sekunden. Bleibt ja auf diesem Frag, ne? Ich kann gut sein... Guck in der Freundesliste. Du siehst mich doch. Ja, okay. Der läuft auch den Schienen lang immer noch. Läubst du auch Schienen, oder? Nee, ich bin ein bisschen oberhalb der Schienen. Aber ich bin jetzt drauf. Okay, dann lauf mal zu den Schienen. Wir haben auch den Schienen lang gelaufen. Der hat rote... Der hat nur ein... Der hat nur ein rotes T-Shirt an. Ich will wissen, was der macht. Der wollte unbedingt nach Elektro. Ob der... Ob der da jemanden kennt oder jemanden sucht. Ich würde dann einfach... Und den zu folgen. Ich komme auf den Schienen lang gelaufen. Beziehungsweise ein bisschen jetzt in den Wald rein. Also ich bin gerade auf der Höhe von den Kränen von Elektro. Also ich bin... Da bin ich noch lange nicht. Komm ich, komm ich, komm nicht. Ja, du müsstest so gleich den Typen sehen, der auf den Bahngleisen lang gelaufen kommt. Der läuft auf Bahngleisen, ja? Ja, der läuft beim Bahngleisen, ja. Soll ich ihn anhalten, oder? Nein, 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 nein. Lass ihn weiterlaufen und da gibt es dich nicht zu erkennen. Beobachtung, dass wir wissen, was er macht halt. Ich würde gerne wissen, was der tut. Wieso der unbedingt nach Elektro wollte. Entweder er spielt jetzt... Ist jetzt relativ neu und hat erzählt bekommen, dass er toll zu looten ist. Oder er hat da Freunde. Ja, eben deswegen. Oder er ist da abgerippt worden und will seine Klamotten selber looten. Ja, aber es ist doch... Der erst nach 10 Minuten ist noch der Leiche. Die Leiche wird. Das ist mindestens eine Stunde gelaufen. Wir haben auf einen Kameraden gewartet, da lag die Leiche eine halbe Stunde. Komplett ausgezogen und die ist nicht verschwunden. Und ihr seid auch mehrmals in seinen Invertagen gegangen. Ich glaube, dann verlängert sich das vielleicht auch ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ich sehe jetzt hier Steine vor Elektro. Also ich sehe schon diese Inselgruppe, die da jetzt kommt. Ja, aber siehst du nicht auf den... Ja genau, die sehe ich auch, aber von Weitem. Guck lieber auf die Schienen, ne? Ja, ich guck auf die Schienen. Also den verpasse ich schon nicht. Wenn er auf den Schienen läuft, verpasse ich, kann ich ihn nicht verpassen. Ich habe ihn verloren, ne. Ich habe jetzt ein bisschen an Höhe gewonnen. Ich bin deswegen verloren. Aber da hat sich glaube ich auch eben einer ausgeloggt. Da stand irgendwas Losing Connection. Ja, aber... Wäre jetzt schon ein krasser Zufall, wenn der das jetzt ausgerechnet wäre, oder? Wo ist eigentlich Özti? Wenn wir hinter euch sein. Okay. Ja, diese kleinen Inseln sehe ich jetzt auch, genau. Bin ich jetzt auch gleich. Also ich glaube, weiß nicht, also von deiner Seite aus laufe ich praktisch rechts im Wald hoch. Ja, ja. Und gucke auf die Straße und auf die Schienen, also ich... Alter, da ist er! Da ist er mit seinem Freund, Alter. Mit nem Freund? Ja, da ist er mit seinem Freund. Ist der Freund auch? Ist der Freund gut ausgerüstet? Ist der Freund gut ausgerüstet? Weiß ich nicht. Grüner Rucksack? Warte, ich gucke. Grüner Rucksack, Axt oder Waffe. Keine Ahnung. Warte, ich ziehe die Waffe. Wenn ich sie ziehen kann. Ich kann keine Waffe ziehen. Jetzt kann ich eine Waffe ziehen. Waffe ist auf der linken Seite, Axt ist auf der rechten Seite. Warte. Warte. Oh, warte. Ich will... Er hat ne 4. Er hat ne 4. Soll ich ihn erschießen? Nee, ne? Sag mal bitte, wo er steht gerade. Er steht auf den Schienen. Er steht auf den Schienen. Okay. Soll ich ihn erschießen? Nee, ne? Nee. Darf ich nicht erschießen. Aber der Freund war komisch drauf. Also... Guck mal, guck mal was die macht. Vielleicht ist das gar nicht ein Freund. Doch, doch, doch. Der hockt genau vor dem. Der hockt vor dem. Jetzt hat er dem ein Helm schon gegeben. Im Motorradhelm. Der bläst ihm ein. Die sahen der Typ aus dem du die Beine gerichtet hast. Oder das Morphine. Hat der ja auch einen grünen Rucksack und einen M4? Razer? Ach nee, das war ja auch mal an einem Server. Ja, das ist ein anderer Server gewesen, ja. Ja, stimmt. Also der ist gut ausgerüstet. Der hat eine M4, der hat ne Axt, der hat Karmklamotten an, halt einen grünen großen Rucksack. Und der läuft jetzt, der ausgerüstete läuft jetzt ein bisschen hin und her. Aber noch auf den Schienen, ja? Auf den Schienen, die stehen auf den Schienen, jetzt sind sie hinter einer Tanne. Das ist komisch. Kann ich dir Gott nicht mehr sehen. Ach, hinter einer Tanne? Jetzt sind sie hinter einer Tanne, oder hinter einer Tanne von mir aus. Nee, sie laufen weiter Richtung Elektro. Sie laufen weiter Richtung Elektro. Shit. Mein Spiel ist abgestürzt. Wenn es richtig blöd läuft, sehen die dich gleich und schießen mich ab. Scheiße. Der, nee, nee, der läuft, der läuft, der läuft. Der hat keine Waffe gezogen. Der läuft Richtung Elektro. Aber er sitzt auf den Schienen. Also nein, ich kann die beiden sehen. Okay. Wovon wo aus? Kannst du sie sehen? Jungs, mach bitte was. Ich bin hinter den, hinter den Schienen. Mein Spiel hat sich abgestürzt und da sitzt ich immer so ungeschützt. Wir sind jetzt auch in der Nähe von den Schienen. Ich kann die sehen da hinten. Ja. Eine roten T-Shirt und die haben im Rucksack. Ja, ja, das sind die. Ich zieh die Waffe und wenn die gleich versuchen zu schießen auf ein was, was ja Razer ist, dann schieß ich. Alter, ich hab die Waffe aufgezogen und ich seh die. Die sehen uns aber nicht. Die sind, nee, nee. Wo sitzt du jetzt auf den Schienen? Oder was? Nein, 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 nein. Ich bin im Ball. Hinter so einem Bauer. Der grüne Rucksacktyp ist stehen geblieben. Okay. Der guckt sich um. Ich hab halt mich gesehen, oder? Nee. Ich bin neben dir, oder? So. Der beugt sich nach vorne? Nee, er beugt sich nach vorne. Der macht irgendeinen Scheiß. Guck mal. Und der andere Typ steht daneben. Die sind die Hosen. Guck mal, der hockt da. Jetzt setzt er sich hin. Die loggen sich aus, oder was? Nein. Der setzt sich hin, steht wieder auf. Weiß ich nicht. Soll ich ihn mal schießen, falls er sich auswirkt? Nee. Ich dachte, ihr seid friendly. Ja, ich bin friendly. Die haben uns doch noch gar nichts getan. Vielleicht sind die auch voll friendly. Du siehst den. Ich lauf auf den Zug. Ich lauf auf den Zug. Du siehst die ja, ne? Ja, dann halte die doch mal an jetzt. Warte, ich muss... Okay, ich hab... Ich seh die ja. Er liegt... Einer ist weg. Ausgelockt. Ausgelockt. Ey, mein Spiel ist aufgestört. Jetzt darf ich sechs Minuten warten, bis ich mich einlogge. Ey, ist das schön. Ich leg mich jetzt hier unter die Tanne. Bist du in der Nähe woher, oder? Genau, ich bin zwischen Straße und Dingens bei so Tannen. Ich bin oberhalb von dem Quatsch, das da gerade passiert da unten. Okay, ich bin zwischen Straße und Schienen unterhalb und neben mir sind auch noch die anderen, glaube ich. Ja, der warte nicht. Der warte definitiv auf den. Ach, der setzt sich ja auch hin, der lockt sich ja auch aus. Der setzt sich... Ne, der legt sich hin. Ja, aber hinsetzen und dann wieder aufstehen und wieder hinsetzen und so, das ist auch ausloggen. Ne, jetzt hat er die Waffe in der Hand. Ich glaub nicht. Okay. Ich hab ihn im Visier. Sind die wieder da? Ne, ne, einer steht da noch, aber ich hoffe, der lockt sich auch noch aus. Der hat sich ausgelockt, der guckt doof hin und her, der hat sich ausgelockt. Ich denke auch. Schade. Ja, ist er weg. Klopp. Ah, schade. Das war lustig, äh. Ich muss noch kurz warten, zwei Minuten, dann bin ich im Spiel, dann würden wir uns kurz die Sachen austauschen, weil ich hab auch so'n, so'n, so'n Hemd mit für euch. So'n cooles Tactical Shirt. Ähm, warte mal, Buja, du bist nicht gut, komm mal zu dir, weil ich muss... Ich glaub jetzt den Berg hoch. Ah, seh dich, ich seh euch beide, okay. Warte, ich komm jetzt zu dir. Ich bin nämlich ganz in der Nähe, dann können wir uns gleich treffen auf dem Banshee. Guck mal, hier sitzt es mich, ne? Ich seh einen rechts von mir. Ja, ja, ich bin hier oben. Hier oben. Eko, 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 Eko. Ich geh mal hier in die Tanne rein und würd mal mir... Ja. Bin ich zu sehen, ne? Wird zu sehen, ne? Oh, schade. Ja, gerade jetzt nicht mehr. Warte. Oder ich leg mich mal hin, ich weiß nicht, ob das besser ist. Jetzt seh ich dich gar nicht, du legst mir so. Ja, so super. Okay. Ich bleib mal hier legen, geh auf den Klo, hol mir nochmal ne Cola. Also hier so'n Mixgetränk. Ein Mixgetränk? Bin ich gleich wieder da. Meine Frau hat das hättet, wenn irgendwas ist, schreie ich. Wenn sie, wenn sie Schüsse hört. Okay. Ich geh auch mal in den Pissen. Und dann schreie ich wen an? Du schreist einfach. Ich schreie einfach, okay. Geht klar. Haha. Behe, ihr schießt jetzt einfach so, um mich zu ärgern. Ja, aus Spaß. Ich hab grad kurz drüber nachgedacht, aber dann hab ich mir gedacht, das ist ja doof. Ich bin zu clever. Ich hab das schon geschaut, eure perfiden Pläne. Wovor sie überhaupt erdacht waren, ja. Das Problem ist, ich seh halt ein Bildschirm tatsächlich, weil sie mich auf dem Sofa, dann müsste ich mich jetzt hier hoch bequemen. Nee, 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 ist alles sicher hier. Was ist eigentlich der vierte Mann hier? Oder? Ich bin hier in der Tanne. Ah, okay. Ich bin eigentlich genau parallel gestanden zu ihm, etwas erhöht, und hatte ihn genau ein Visier. Ah, okay. Guck mal, das Bier steht um die Ecke. Da unten, noch was wolltest du denn? So, Jungs auf dem da, ich laufe jetzt auf die Banshee. Ja, wir sind oben am Berg, ich sag dir Bescheid, wenn du uns dabei läufst. So, Jungs, ich hab links von mir so ne Geburtskette, so ne ganz lange. War der da schon vorbeigelaufen? Nee, ich glaub die, die kommt noch. da sind genau da also ich glaube es war auf dem bahn schien das wäre doch mal cool diesen huso plan jetzt zu treffen ich weiß nicht ob das so gut wäre ich meine besonders netztypen werden sie nicht sein warum sollten sie sich rum bist du bei einer stadt bei einem kleinen dorf oder ich bin auf dem bahn schien ich bin gleich bei euch aber wir sind hierbei wir sind jetzt hier kommt ein dorf früher ihr seid gar nicht in der nähe von elektro oder was doch wir sehen die inseln aber wir sind auf der höhe der inseln ja ich habe die insel rechts von mir jetzt da ist so eine insel da sind zwei häuser drauf oder so gebots häuser da sind glaube ich neu oder ich habe ich bisher noch nie gesehen okay ich glaube dann gab es so weit gelaufen hinten kam noch mal insel warte mal wir sind hier lebt sie bis vor elektronik dann bist du noch nicht so weit dann müssen wir noch ein stück glaube ich gern wenn jetzt die man sie noch nicht hinter dir siehst du noch die kräne hinter dir ja da müssen wir noch weiter ich komme gleich in so ein dorf genau das dorf da drüber habe ich bin kann schon okay dann musst du da nur durch wir sind dahinter jetzt weil sie an den wagen ich bin ich bin oben im dorf leute wollen wir noch wollen wir weiter laufen hier oben in dem hier wurde ich schon mal erschossen oh Gott hier habe ich echt schlecht erinnerung an diesen hügel also ich bin jetzt im dorf drinnen ja wir sind oberhalb vom hügel äh quatsch oberhalb vom dorf auf dem hügel auf dem zweiten warte ich stelle mich mal auf die schienen dann siehst du mich gleich sehen ich bin das was wer hier steht ich bin das was wer hier steht Alter wir sind zu du bist zu doof ey oh ich sehe ich glaube ich sehe warte mal ich zimmer auf dich ich schieße mal in deiner nähe in Fransitz ja ja genau schieße einfach mal auf dich warte mal nee warte jetzt bist du irgendwie weg jetzt bist du unter bäumen nee das ist ein anderer das bin ich ich bin hier an dem busch ja ich sehe jemanden in meinem busch sehe ich gerade jemanden ja ich bin jetzt da ich bin jetzt beim banneberg an ja ich sehe dich ja ich sehe auch jemanden laufender bist du voll ausgerustet bist du voll ausgerustet grün oder so ja dann bin ich oberhalb von dir hallo guck mal ich bin oberhalb von dir jetzt lauf mal ein Stück weiter jetzt ist ein krasses Handel zwischen uns oh da bin ich gar nicht hey guy hallo 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 das bin ich hallo ja wer hatte das schöne 60er für mich ich ich was kannst du mir anbieten komm wir machen ein Tauschgeschäft hast du eine Protector Case leider nicht aber ich hab ein oliv technical shirt wenn das jemand haben will ne ich hätte gerne eine Jacke ich hätte gerne eine Jacke ich mach's ne Jacke an er hat gerade eben ne auf einem anderen Server hat er gerade ne TSKO TTSKO du hast ne Jacke du hast ne Jacke ich gib mir deine Jacke ey komm hört auf ja komm ich such schon dein Haus komm zu Hause ich hab dafür ne schwarze Jacke ey hättet ihr ne schwarze technical shirt dann ja aber ne ich hab nur so ne grünes also ich leg das Ding jetzt hin zack es liegt es ist option one ne das brauch ich nicht ich brauch ich brauch deine Jacke na egal ich geb dir nein nein ich hab einen Long Range ne Long Range brauche ich auch nicht hab ich alles und ich hab glaube ich ich glaube ich hab noch ein bisschen Moos und Muni die hab ich jetzt hingelegt oh ja boah mich schreiben voll die Leute an ähm ne dann sollen sie alle herkommen wir spielen alle zusammen wir sind zu dritt auf eurem Server was oh echt ey der Wurensohn das könnte der Wurensohn Clan sein alter nein nein das ist Sven ja Sven Sven und ähm nen Buddelt hätte ich noch will jemanden Buddelt ne Daniel Daniel haben wir noch anzubieten ne also es sollen jetzt drei Leute noch zu uns stoßen alter alter dann brauchen wir dringend einen anderen Server weil dann sind wir hier will echt keiner das schöne Tactical Shirt haben alter meins ist pristine ja ich hab selber oh du hast dasselbe Handy wie ich ok es ist im Spiel es ist im Spiel Jungs ich wünsche euch noch viel Spaß ich wollte nicht nur das 60er haben und lock mich jetzt aus Spaß das ist das ist das ist das ist das ist das ist und das ist wie wir haben und